Bäm! Hallo und willkommen zurück. Oh nein, jetzt kam die Stelle aller Stellen. Mein schlimmster Albtraum bewahrheitet sich hier. Oh. Nein! Oh, das war gut. Ich weiß nicht warum, aber das war epic. Ich bin vorhin irgendwie wartet. Okay, das könnte gehen. Moment, ich habe das eine Idee. Ja! Oh, beim zweiten Versuch. Oh oh. Oh oh. Warte mal. Was? Wartet mal. Was? Moment. So. So, so. Okay. Okay, warte mich immer was. Ich habe Angst um mein Leben. Schön. Okay. Okay. Okay, so. Jetzt. So, jetzt. Oh ja. Das war ja eigentlich perfekt. Geht's? Also, ja. Ich muss hier sowieso jetzt klein werden. Von daher. Und. ... ... ... ... ... ... Und. Ah. Komm. Oh wei, wo kommt der raus? Was? Oh mein Gott. Ach, komm her. Komm her, du grüne Nachtfalter der Nacht. So. Ah, okay, okay, ich sehe schon. Wir, ach, ja, wie ich sagte, wir, ach, wir müssen, ach, nur mal, wir müssen nur den Coinblock um die Lasche ziehen und mit dem blauen Stampfer ganz nach oben gehen. Okay, ich muss den, fuck, der muss glaube ich ganz bleiben. Okay. Okay, und? Okay, wartet. Das geht. Fuck, das geht nicht. Okay, ich habe aber verstanden, was sie da mit einem sagen wollen. Und das heißt ja bei mir schon mal was. Okay, oh. Komm schon, komm schon. Ah, scheiße. Das kann doch nicht so schwer sein. Monika. Hilf mir mal. Wartet. Wartet. Ich habe es geahnt. Natürlich. Wie soll denn andet sind? Ah, okay. Wartet. A. B. Telefon. Momentchen. Oh. Okay, unwichtig. Unwichtig. Was gibt es Wichtigeres als Kaizo Mario mit verbundenen Augen mit dem Arsch offen zu spielen? Oh, ich bin dafür ein bisschen zu blöd, glaube ich. Ernsthaft. Ist nur... Ah. Schön. Na. Oh. Pinguine. Pinguine. Oh. Fantastisch. Japaner. Hui. Japaner. Japanische Wanderzirkus. Mit vielen Tieren zum Rumplanschen. What the? Oh. Oh. Nein. Was soll ich nur mache? Was soll ich anstelle? Oh. 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 Oh nein. Ach, komm. Komm schon. Komm schon. D-d-d-d. Ah, den habe ich. Den muss so. Den ist... Oh mein Gott. Hier ist der Spaß vorprogrammiert. Geil so, Mario. I love it. Oh. Nein. Schön. Brillant. War es das oder kommt, wenn es wieder irgendwas von runterfallen kann? Oh Gott. Ich warne dich, Japaner. Nein. Gibt es nicht. Okay. Japaner hat meine Warnungen gehört. Damit. Oh. Da ist schon das Schloss. Jo. Okay. Oh Gott. Safe State. Safe State. Safe State. Safe State. Okay. Und weiter. Oh Gott. Oh Gott. Oh, okay. Ich bin nicht dran. Oh. Oh Gott. 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 Was ist das? Das ist doch herrlich. Oh. Da habe ich doch schon immer von dir träumt. Oh Gott. Oh Gott. Oh das war ein schlechter Safe State. Oh das war ein schlechter Safe State. Oh das war ein ganz schlechter. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Nein! Oh, mein Gott. Oh, Gott. Oh, nein! Oh, nein. Okay, erstmal den, den und den. Oh! Den, den und... Okay, der ist ungünstig. Okay, und... Oh, mein Gott. Was? Wie soll das denn zeitlich klappen? Ne! Oh! Oh, Gott! Oh, das wollen die eigentlich... Das wollen die doch nicht ernsthaft von einem, oder? Oh, mein Gott. Oh, nein. Oh, Gott. Ne. Versafestated, glaube ich. Okay, dann mach ich das Schmetter nochmal neu. Ja. Bis dahin. Obwohl... Oh, Mann, ich hab noch so viel Zeit. Oh, oh, oh. Quellen wir uns drauf. Ja, okay, dann sehen wir uns gleich an dieser Stelle. Wieder. Bis gleich. Okay. Und da sind wir wieder. Okay, das geht schon mal nicht. Alles... Oh. Ob man da vielleicht... Ob man da vielleicht wirklich mit einem Satz... Ich brauch wirklich so viel Zeit, wie es nur geht. Oh, Gott. Ja, es könnte klappen. Hab ich auf jeden Fall da mehr Zeit. Und... Oh, Gott. Schön. Also, es ist ein Wunder, was das Game bringt. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann, oh, 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 oh. Nein. Oh mein Gott, meine Finger tun mir wieder weh. Oh Gott. Man müsste eigentlich... Warte, warte, warte. Da muss man irgendwie schon Dreck drüber. Das ist fast gar nicht möglich. Ich sehe da keine Möglichkeit drüber zu kommen. Ernsthaft. Schon gar nicht mit meiner Glanzleistung des Versafe Statens. Okay, jetzt kann ich es eh vergessen. Ja, jetzt kann ich es vergessen. Ja, jetzt kann ich es erst recht vergessen. Jetzt muss man in allem durchrennen und... Japp. Okay, dann bis morgen. Ich schau mal, wie es anders geht. Tschüss.